Ja, mein Name ist Anita, ich bin 30 Jahre alt und ich möchte euch heute was von meinen beiden Jungs erzählen. Der Große, der hatte schon immer Einschlafschwierigkeiten und Durchschlafschwierigkeiten. Und seit er eben dieses Gesundheitsprodukt nimmt, kann er einschlafen und durchschlafen. Und am Abend die Kapseln, die kann er natürlich nicht schlucken. Die mache ich dann auch und to sie dann einfach im Orangensaft drücken und dann funktioniert das ganz gut. Und der Kleine, der hatte eine Impfung vor sich. Dann hat er vorher eine Tüte Sunrise bekommen und also ein paar Tage vorher schon. Dann sind wir zur Therapeutin gefahren, um die Impfung auszuleiten. Und als wir dann da ankamen, hat sie ihn angeschaut und hat gesagt, nee, da müssen wir ja gar nichts machen, der ist topfit.